...und die gewohnte Gewichtseite, MIGTOR DEL! Die gewohnte Gewichtseite, MIGALE SEBSTRRADIO! Schön, dass die Tasten gibt. Jetzt beantwortet schon die Frage, schöner InsideLoki. Was für ein explosiver Kampf hier am Anfang. Einen Schlag haben die meisten direkt getroffen. Michaelis gewinnt den Kampf durch TKO, sehr schön gemacht. Hier das Ergebnis unseres ersten Kampfes. Sieger durch K.O. in der ersten Runde nach einer Kampfzeit von 2 Minuten und 7 Sekunden. Die rote Gewichtseite, Michaelis EFSTRRADIO! Applaus ... ... ... ... ... ... ... ...